Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich grüße euch. Warum wurde im Alten Testament vor dem Kommen Christi ein Hohepriester benötigt? Der Hohepriester war der Mittler zwischen Mensch und Gott. Alle Hohenpriester vor dem Kommen Christi, die waren fehlbare Menschen, das heißt keine vollkommene Menschen. Deswegen waren sie auch keine vollkommene Hohenpriester. Der einzige perfekte, tadellose Hohepriester war Jesus Christus. Wir lesen das in Hebräer Kapitel 4, Abvers 14. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Also Jesus Christus ist hier der Hohepriester. Was bekennen wir? Er ist heute der Einzige, er ist heute der perfekte Mittler zwischen Mensch und Gott. Kein anderer Priester, Pfarrer, Prediger, nicht Apostel, das sind nicht Mittler zwischen Mensch und Gott, sondern Jesus Christus allein. Das heißt, wenn wir beten, so beten wir durch Jesus Christus zu dem Vater. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es gibt keine Heiligen zwischen Gott und uns, zu denen wir beten sollen, sondern nur der Einzige, und das ist Jesus Christus. Der nächste Vers, Vers 15. Das ist das, was unser Hohepriester Jesus kann. Er kann uns verstehen, er kann uns mit uns mitleiden. Weshalb? Weil er ja selber versucht worden ist oder durch Schwierigkeiten durchgegangen ist. Er wurde geprüft in allem. In welchen Dingen? Er kam zu den Seinen und die Seinen nahm ihn nicht auf. Das heißt, das eigene Volk hat ihn abgelehnt. Seine Brüder, seine Geschwister, Leibliche, die haben an ihn nicht geglaubt. In seiner Stadt, Heimatstadt Nazareth, da wo er gepredigt hat, wurde er fast gesteinigt. Er entwich dem. Sein bester Freund Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Ein anderer hat ihn für 30 Silberlinge verkauft. Und in dem schwersten Moment seines Lebens, in Gethsemane, während er gerungen hat, die Freunde schliefen ein und später haben sie ihn alle verlassen. Einer hat sogar seinen Mantel fallen lassen und ist nackt davon gelaufen, um sein Leben zu retten. Also, Christus kennt die Schwierigkeiten nicht aus dem Buch. Er hat das selber durchlebt. Daher kann er dich verstehen. Wenn du heute selber in dich in Schwierigkeiten befindest, welche das auch immer sind, dass du vielleicht sagst, mein Mann versteht mich nicht, meine Kinder verstehen mich nicht, meine Geschwister verstehen mich nicht, sehr oft stehe ich alleine, sie können gar nicht nachvollziehen, was das heißt, in der Lage zu sein, Einsamkeit. Christus kann dich verstehen. Das ist das, was wir lesen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, jemand versteht dich. Und dann der nächste Vers, die Einladung. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Zuversicht, das heißt, ich gehe hin in einer Gewissheit, dass Gott mich hören wird. Und hier steht es zu dem Thron der Gnade. Ein sehr interessantes Bild, was die Bibel hier verwendet. Thron, das kennen wir von Königen, also man geht ja zum Thron. Und hier ist ja nicht nur ein Thron, sondern ein Thron der Gnade. Gnade bedeutet, da darf ich empfangen, was ich selber nicht verdient habe. Und das ist interessant. Gnade ist ja das, wo ich weiß, ich muss eigentlich zahlen. Aber ich bin mittellos. Und Gnade bedeutet, mir wird diese Schuld nicht zugerechnet. Wann kommen denn die Menschen zu dem Thron der Gnade? Sehr oft, wenn wir pleite sind. Sehr oft, wenn wir in unseren Beziehungen oder da, wo wir etwas lösen wollen, in einer Sackgasse stehen. Und das ist eigentlich ein guter Grund zu sagen, Herr, ich erkenne meine Pleite. Ich kann nicht weiter. Ich brauche deine Gnade. Vielleicht hast du dich verschuldet, also nicht nur geldmäßig, sondern Sünden getan. Und du weißt, wenn ich gerade stehen müsste, ich wüsste nicht, wohin mit meinem Leben. Hier ist der Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Welch eine großartige Einladung. Für dich persönlich, für mich. Bist du in dem Zustand, dass du sagst, ich brauche diese Gnade. Das ist die richtige Adresse. Renne nicht zu Menschen. Renne nicht zu Anwälten. Gehe zu Gott. Zu dem Thron der Gnade. Der seine Gnade gerne Menschen gibt, die ihn drum bitten. Gott segne dich darin.